Das ist echt im Weg! Kannst du schon auf? Cool! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Mama! Kannst du mal durchlaufen? Ja, doch mal durch! Sieh, wann hast du eigentlich zu im Piercing? Seit zwei Wochen! Achso! Jetzt haben wir es hineingefallen beim Impfzu. Kein von mir vorhin zu mir. Du musst ja aus dem Bild nehmen, du bist von mir. Ja, Entschuldigung, ich kann dir auch schon meinen Arschchen schicken. Ich wollte eigentlich meinen anderen Arschchen aufnehmen. Ich meine, wohl nicht so interessant. Das gibt ja nichts falsch. Nicht so interessant. Okay. Oh! Oh! Hey, darfst du nicht laufen? Du musst ans Namster Schamperger. Ja, ich hier. Aber halt erst spät, ne? Ja, ich komme auch erst mal zwölf zurück. Und du hast besucht, dein Handy aufzuhören. Ja. 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 Ja, ich sitze hier voll fest. LOL. Und lauter LOL drin. Ja. 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 Na ja. Ja. Das kommt auf, Mann. Der biebe jetzt. Er wie jetzt. Er ist um den Mond gegangen oder? Ja. Ja. Kirsche dünn. Du hast ja nicht dabei. Wo gehst du? Achso. Ich ziehe die Kliebe wieder um, es ist jetzt auch kalt. Warte, na, jetzt warte mal. Es ist voll warm unten. Unten? Nein, es ist ein Tier. Geil. Mir ist auch oft warm unten. Echt? Cool. Ja, wenn ich dich sehe schon. Echt? Cool. Mir ist wirklich warm. Mir ist voll warm unten, ist ja cool. Mein Bein ist dir warm. Ja. Ui, nicht. Mein Leben. Du ziehst alles zum... Cool. Naja. Immer neu. Ja. 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 Ja.